Und bei der nächsten Meldung würde man sich wünschen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt. Chinesische Wissenschaftler haben den ersten essbaren Impfstoff in Form von Kuhmilch entwickelt. Die Milch wurde dafür mit mRNA-Technologie versehen. Dies geschieht im Zuge eines weltweiten Vorstoßes, Menschen die Gentechnikimpfungen in Zukunft über Lebensmittel, also Pflanzen und Nutztiere zu verabreichen. Das kann also völlig unbemerkt geschehen, indem man etwas Salat oder eine Tomate verzehrt. Über die Forschungen dazu haben wir bei auf1.tv und auf1.info bereits berichtet und auch darüber, dass Bill Gates in solche Forschungen investiert. Jetzt haben Wissenschaftler im kommunistischen China erstmals Mäuse mit gentechnisch veränderter Kuhmilch immunisiert. Mit Hilfe von aus Milch gewonnenen mRNA-Exosomen gelang es den Wissenschaftlern, einen oralen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 herzustellen. Zitat Die dafür verwendete Technologie ist also mit der vergleichbar, die auch in den Covid-Spritzen enthalten ist. Der Maßnahmen- und impfkritische US-Kardiologe Dr. Peter McCuller schreibt dazu auf Substack, Zitat Dass das in dieser Form möglich ist und die mRNA-Partikel nicht einfach verdaut werden, hat auch das MIT bereits Januar 2022 unter Berufung auf eine Studie auf seiner Netzseite berichtet. In den USA scheint man nun auch noch im April damit zu beginnen, Hausschweine und Kühe mit mRNA-Technologie zu behandeln. In den Vereinigten Staaten gibt es kein Gesetz, das eine informierte Zustimmung für Impfstoffe in der Lebensmittelversorgung vorschreibt. Der US-Rechtsanwalt Tom Renz bemüht sich dahingehend um eine Gesetzesänderung und schreibt dazu auf Twitter, Zitat Niemand kennt die Auswirkungen. Die Bemühungen der Globalisten, den Menschen die experimentelle mRNA-Technologie auf jede erdenkliche Weise und auch völlig unbemerkt unterzujubeln, sind enorm vielfältig. Gemüse, Fleisch und jetzt auch Milch könnten bereits dafür verwendet werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020